Hast du schon gehört? Eine Polizeikontrolle von Rapper MC Boogie eskaliert komplett. Boogie diskutierte mit einer Frau. Diese hielt ihn aufgrund seines Aussehens für rechtsradikal und informierte die Polizei. Das ist eine Überprüfung. Die machen sich Handschuhe an. Ich zahle die Handschuhe an von meinen Steuern. Der Rapper hatte mehr Polizei gefordert. Also kommt mehr Polizei. Es kann doch nicht sein, Freunde. Es kann. Warum die Beamten wegen einer Person so einen Aufriss machen, für Boogie komplett unverständlich. Hier ist was ganz falsch in Deutschland. Guck doch mal hier. Alter, währenddessen passieren tausende Straftaten. Das Ende vom Lied. Boogie kommt erstmal in die Zelle. Gott sei Dank wird man wegen Länge und guten Aussehen nicht verhaftig. Ich krieg jetzt Sicherheitsverwahrung. Für mehr Rap News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden.